Hey, was geht ab YouTube? Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu SOMA. Es ist mitten in der Nacht, also hier bei mir, und es ist natürlich jetzt die perfekte Zeit, um ein Horrorgame zu spielen. Und ja, leider musste ich, ich stehe jetzt hier nicht mehr bei der geöffneten Tür wie bei der letzten Szene vom letzten Video, sondern der Speicherstand hat sie hier wohl von dannen gemacht, keine Ahnung. Ich habe ihn fünfmal versucht anzuladen, er hat es nicht genommen und das Spiel ist abgestürzt und somit habe ich den davorigen Speicherstand geladen und ja, gerade noch ein bisschen hergespielt und jetzt gehen wir gemeinsam weiter. Also euch viel Spaß beim Zuschauen, los geht das hier. So, und dann wollen wir noch mal gucken, was uns hier erwartet. Ich bin sehr gespannt. So, hier hinten eine Sackgasse. Da schauen wir mal, da schauen wir mal. Was haben wir hier? Okay, da ist es kaputt und zu. Und hier ist Systemfehler. Wie praktisch. Ba, ba, da, ba, da. Oh, wen haben wir denn da? Warum ist hier überall zu und aus? Ich verstehe das nicht. Was ist cool hier mit dem Nebel, ja? Das ist eine kaputte Klimaanlage. Okay. Das hört sich nicht gesund an. Okay. Schauen wir mal, was hier so los ist. Oh Gott. Alter, was ist hier denn, ey? Boah. Da läuft da irgendwo was. Das hört sich echt nicht gesund an. Ich schätze mal, dass das Vieh zurück ist. Oder ein anderes oder sonst irgendwas. Da kommen wir nicht rein. Jetzt sind wir auch einmal rum, ne? Und da sind wir gekommen. Jetzt mal, dass wir da hin müssen. Mal gucken, was der Data Bar von uns zu sagen hat. Das war's. Okay, da ist wohl gewaltig irgendwas schief gelaufen. Äh, Sicherheitsfehler bitte Verbindungschip einführen. Den, äh, den müssen wir wohl suchen. Hier, schleichen wir mal weiter, gehen mal hier lang, ein weiterer Data-Buffer. Okay, wo ist jemand denn hier? Irgendwas Wichtiges? Ja, nee, ist klar. Ja, da krabbelt auch was in den Luftschächten. So, was haben wir denn hier? Überlieben des Stärksten, ja, Survival of the Fittest, ja, das ist wie bei Ark, super. Ich bin noch ein paar Dinosaurier hier. Ahem, so. Okay, gehen wir wieder raus. Das Game ist so abgefahren, das schockt so sehr. Wo waren wir denn hier noch nicht? Gehen wir hier lang, bevor wir da hinten reingehen. Was ist das hier? Alter, ernsthaft? Pass und voll. Da ist es. Ach du Scheiße. Nein, du siehst mich nirgendwo, hörst mich nicht. Was ist dieser Proxy? Ähm. Geh bloß weiter. Ja, keine Geräusche machen. Was ist das? Hier hat jemand Geigenraten gespielt. Das kenne ich noch aus der Schule. Vierte, dritte, vierte Klasse. Alter, ist das lange her. Sonst irgendwo was zu holen? Das sieht nicht so aus. Wo ist das Vieh hin, ey? So, was haben wir hier? So, was haben wir hier? Dann kann man hier nichts. Hier kann man nur irgendwelche gestörten, kranken Bilder schauen. Was muss ich tun? So muss ich hin. Von hier komme ich. War ich da schon drin? Alter, erschreckt mich doch nicht so. Okay, hier gibt es wieder so einen Dart-Up auf, ne? Strohmeyer, bist du da? Ich höre dich, Brandon. Was hast du? Die Akers und ihre Krüter sind ferocious. Sie holen sich auf jeden Weg. Es gibt keinen Weg über sie. Dann werden wir sie kämpfen. Wir müssen nach dem Shuttle kommen. Und enden sich schenken an uns? Nein, warte. Ich werde eine Distraktion machen und sie mich nach mir bringen. Geh die Gang nach dem Shuttle. Fertig. Warte, Brandon. Was machst du? Keine Worte, Alice. Ich werde zurück, als Sie alle sind sicher. Lass die Shuttle und bereit sein. Bist du sicher? Ich habe nicht planen, zu sterben. Bis zum Shuttle. So, was haben wir hier? Equity Checkpoint. Da sind wir wahrscheinlich. Projekte, Levelment, Hub. Omega Management, Chasing. Archiv. Es ist so verwirrend, wenn du ständig Schritte hörst. Checkliste. Arche Projekt überleben, Personal am Selbstmord hindern. C, also C und das Team losschicken. Mit C ist bestimmt schon gemeint. Personal beschützen und den Rest vom Armageddon genießen. Ja, wie witzig. So, was haben wir hier? Adams, Bass, John, Master Diver, Chief, Wrangler, Administrative Surveyser, Management Chief, Overseer, bla 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 bla. Okay. Was ist das? Elkers ist nicht alleine. Mindestens drei zusätzliche Kreaturen. Türen überprüfen und versiegeln. Die Treppe runter, Shuttle nach Amerikon. Omikron. Omikron. Okay. Das heißt, also ich gehe mal davon aus, dass der Typ, der da in dem Stuhl gesessen hat, in dem Raum, dass das Elkers ist. Und dann laufen hier noch drei von diesen Kreaturen rum. Also von diesen Proxys oder wie die auch immer hier heißen. Ne, da kann ich auch was reinstecken. Was haben wir denn hier? Sicherheitsmeldungen. Da ist es. Das ist so krank, Alter. Komm hier nicht rein, bleib da ja draußen. Alarm Shuttle Station, Alarm Gemeinschaftsraum, Alarm Maschinenhanger. Ein riesiges Strukturgeleck hat dazu geführt, dass die VAU die Kontrolle über das Dunnwett übernommen hat. Er zwang eine Quarantäne zur Vermeidung einer Situationsverschlimmerung. Noch eine sprechende Maschine ist das letzte, was wir brauchen. Ja, nee, ist klar, das habe ich auch gemerkt. Lüßelkontrolle, kein Chip eingesteckt. Türverriegelung. Verschlossen. Medizinisches Labor, Mr. Forst. Schließe ich doch das mal zu, wenn ich keine Ressourcen habe. Und dann schließe ich das auf und dann kann ich da rein. Das wird doch das Omega Management. Das ist von Can, Volchek, Zareng, Pedersen. Okay, das werde ich versuchen. Da oben ist auch ein Loch, ne? Also... Muss ich da den Weg wieder komplett zurück, ne? Da waren wir vorne drinnen. Genau. Hier ist die Tür jetzt auf, alles klar. So, was haben wir hier? Was denn? Bilder von Planeten? Oh Gott. Zettel kann ich nicht anfassen. Schauen wir uns das nicht mal an. Brendan Warn. Okay. Brendan Warn. Okay, Brendan Warn ist das. Nicht Mr. Eckers. Brendan Warn. Alles klar. Ja, dann hat sich das auch gerade erledigt. Was haben wir hier? Boah, ist das eklig. Ich hab die Tür. Entschuldigung, Brendan. Entschuldigung, dass wir dich nicht in Frieden lassen können. Lass du mir noch was zu sagen? Du wirst mich nicht holen, motherfucker! Hörst du mich? Okay, das haben wir vorhin irgendwo schon gehört, dass er sich irgendwie mit dem Messer umgebracht hat. Dann haben wir hier das Messer, alles klar. Da ist selbst die Kehle aufgeschnitten, nur damit das Vieh ihn nicht kriegt. Schon sehr verstörend. Das ist echt sehr verstörend. So, jetzt müssen wir irgendwie warten, dass das Vieh da abhaut. Was ist das? Dass das Bild auch so wackeln muss. Komm, verschwinde da. Alter, ey. Das sieht auch so fies aus. Geh, du kommst hier rein. Nein, du kommst hier rein. Alter, hau ab. Hau ab, alter. Geht mir hier der Gackstift. Wenn du jetzt nochmal herkommst, werfe ich die Dose. Ich hoffe, du hast das nicht gehört. Äh, hier bin ich falsch. Also, wo muss ich hin? Boah, was ist hier denn? Äh, mal kurz die Tür zu. Boah, alter ey. Das ist aber auch krank, ey. Das können wir hier machen. Ecker 16. Januar. Terry Akers, Alter 66. Geschlecht männlich. Einer der schlimmsten Fälle, die ich bisher gesehen habe. Und das ist wahrscheinlich seine eigene verdammte Schuld. Er hat sich selbst geblendet und seine Eingeweide mit Strukturbild verstopft. Sollte er jemals aus seinem Koma erwachen, würde mich das überraschen. Lies mich über Harts absurde Geschichte über die Geschehnisse bei Lambda nachdenken. Könnte es tatsächlich sein, dass die Wow irgendwie zur Veränderung und zum Neuaufbau des menschlichen und nichts weiter. Komm hier ja nicht rein. Boah, das ist auch so eklig, Alter. Du kommst jetzt nicht hier rein, oder? Alter, verpiss dich. Gut. Vanessa Hart, Alter 28, Geschlecht weiblich. Angesichts der Umstände scheint hart ein guter Verfassung zu sein. Der lange Weg hat nur zur Prellung und Unterkühlung geführt. Die Bestätigung ihrer Geschichte ist schwierig, dass sonst niemand zurückgekehrt ist. schon. Oh, komm Leute. Ich könnte hier an der Stelle pausieren, das selber lesen. Und hier auch nochmal. Konrad ist tot, nach der Arche Neuroscan kochte er sich sein Gehirn mit einem VRAM-Maser zu brei. Eindeutig, ein weiterer Künstler, der hat das Nebennamen unseren Platz auf der Arche zu sichern. Blah, Punkt. Gut. So, gut. Das war's. Hier gibt's sonst nix zu holen. Dann sehen wir mal zu, dass wir rauskommen. So, da ist zu. Dann müssen wir da hinten weiter. Das Vieh läuft da hinten rum, das ist gut. Das ist der Computerraum. Das ist der Computerraum. Ja, nee, ist klar. Okay. Ladeverbindungschip. Schlüsselkontrolle. Verbindungschip aktualisieren. Okay, das haben wir. Alter, komm, hau ab, verpiss dich. Ich weiß noch nicht, wo ich hier hin soll. Ich kann nix holen. Ja komm, mehr. Schwindel. Komm, du kommst hier nicht rein oder? Alter. Boah. Alter. Boah. 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 Hau ab! Ja, das gibt's doch nicht. Was ist jetzt weg? Du hast es nicht gesehen und nicht gehört. Wir machen keine Geräusche. Hier müssen wir irgendwo hin, oder? Da ist der Freak, hier sind wir vorhin auch lang gekommen, dann können wir auch da lang rum. Alter, ich bin gerade so angespannt, das geht so der Kackstift. Jetzt gehen wir hier kurz zurück, da sind wir raus und dann müssen wir gerade da rechts vorne müssen wir in den Gang rein. Und da bist du. So. Alter. Komm, lass mich hier weg. Das Vieh kommt. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah. Boah, da war's gerade. Boah. 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 echt. Gott. Es war so klar irgendwo. Kommt man nach oben ran. Kommt man, was soll ich jetzt machen? Oh. Oh, der Leiter. Gott sei Dank. Fuck. Alter, was ist das? Ähm, okay. So. Ist dann nichts zu holen, so, ne? Da fehlt uns bestimmt der Fahrstuhl auf den Kopf hier. So. Irgendwie wird das nicht hübscher. So, mit rot und grün haben sie es ja, ne? Könnte man sich fast in 3D-Bilder aufsetzen. Okay, das ist zu. Da ist ja auch jemand drin, oder? Boah, komm, Alter. Hier ist überall alles im Arsch und kaputt. Und hier kommen wir nicht weiter. Ich kann mich auch nicht heilen. Mal gucken, ob hier was ist. Sonst komme ich ja nicht weiter. Hoffen wir mal, dass hier nicht noch mehr diese Viecher sind. Oh, scheiße. Alter. Fuck. Was jetzt sind wir tot? Hallo? Was geht da? Ähm. Oh. 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 Was geht da jetzt? Was geht jetzt. Du willst mich nicht? Ja, natürlich. Was ist passiert, wenn ich nicht will? Okay, voll üblich. Ähm. Okay. Ah, jetzt können wir wieder bisschen was sehen. Ähm, okay, das sollte wo sie sein. Da ist der Fahrstuhl abgeknallt, das hat das Vieh zerstört, alles klar. Da ist Zoom. Ach, guck, und jetzt noch mal was hier hinten aufhört. Okay. Alter. Ja, Mahlzeit. Du siehst auch lecker aus. Irgendwie wird das alles nicht hübscher. Okay, ich würde sagen, bis hierher. Und ich hoffe mal, diesmal wird der Speicherstand auch beibehalten. Gut, bis hierher. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen erholen. Das war doch gerade sehr heftig. Ähm, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ja, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und, ähm, ja, ich hoffe, ihr seid dabei bei der nächsten Folge SOMA. Also, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute, bis zum nächsten Mal. ew dat